So Leute, jetzt läuft das Event schon 20 bis 25 Minuten, 9 Minuten haben sie noch Zeit, dann ist es nämlich bei uns 15 Uhr und dann haben sie das gewonnen. Ja, am nächsten Samstag kommt ein Event, da müssen sie zuerst gegen einen Giganto kämpfen, anschließend bekommen sie eine spezielle Waffe, mit derer müssen sie sich... Ah, hier oben schon noch, vielleicht noch Ende. Ja, da kommt man nach rechts. Jetzt gewinnt der bekannten Artikel, das muss er schützen, bis er ihr eine Woche lang und wenn er es schützt hat, bekommen sie einen Dino. Das mal da runter an den Strand gehen, oder? Welchen Dino, das muss man noch belegen, wenn es nicht zu stark ist, zu schwach ist. Tja, ich schätze mal mit dem Pronto müsste es gehen. Na gut, es regnet perfekt. Ja, ich bin unten, Lukas, bist du oben? Ich bin unten. Nein, du bist auch unten. Aber mein Leben regeneriert nicht mehr. So, ich bin wieder da. Meins geht auch runter. Ja, jetzt geht sie. Ich glaube, du müsstest noch mal zum Boot und mir die Tür öffnen, so komme ich hier nicht raus. Lukas. Lukas. Ding, wo bist du? Lass zurück und überleben. Jo. Da, wo mich saß. Da, wo mich saß. Leragroden nur Kisten. Komm da vorne, komm. Da, wo mich saß. Der Raptor, lass den Raptor holen. Ja. Bist du? Ja, da vorne, der Raptor. Du hättest könntest du mit dem Raketen mehr vorhin zu den Zieber schreizen. Ja, da geht es aber bis hinterher noch, gell. Wo die Gigantos sind, bis zur Absperrung natürlich. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, dass ich da hinten renne. Das musst du wissen. Was Gutes drin sein kann, aber auch nicht nur Wasserflaschen drin. Oder gar nix. Beziehungsweise in jeder Kiste ist was drin. Aber, ob dort vorne eine ist, dann muss ich sagen. Wollt ihr den nicht, will man die Monizern nicht mehr verschwenden, oder? Wie viel Leben hast du? Oh, Tim, schreib mir, ob ich Bock auf CISCO hab. Schreib ich nur zurück. Äh, äh. Tiger, wo bist du gerade? Ich bin Giga, heroben auf einer großen Fläche. Wie... Wie tue mir denn jetzt 50? Man darf hier die anderen Leute töten. Habe ich recht? Ja. Warum nun? Lukas, du bist du. Doch, du bist du. Bei mir leckt's gerade, Lukas. Ich seh' dich nicht mehr. Oh, fuck. Hey. Du bist offen. Ich... Ich würde aus dem Server... Wir kommen da rein, schnell. Wir sind Level 62 Kano. Mit denen hätte ich mich nicht anregen sollen. Wer ist da? Tja, und... Ab nächste Woche werde ich die Arena fertig bauen. Und da kann dann jeder, wenn er Lust hat, mit mir eine hinschauen. Hallo? Also. Die... Dort wird es Waffen geben und alles. Und da kann man sich gegenseitig abballern oder ein Match machen. Das kann man jederzeit machen. Ich werd's einmal in der Woche... Wieso töte ich mich die ganze Zeit selber? Und... Ja. Damit halt, wenn ihr eine Lust hat, sich abzuknallen, natürlich ne... Ich kann eine Waffe einfach nehmen und sich gegenseitig abballern. Immerhin hab ich den Level abgeschöpft. Weil damit zerstört man die Furk. Aber es wird... Für jeden was dabei sein. Damit halt das Spiel nicht langweiliger ist. Damit man nicht... Äh... Andere einfach abknallen, die schwächer sind. Damit man dort miteinander... ... sich... ... auf gute Ego-Shooter-Manieren abknallen kann. ... ... ... ... ... ... ... ... So, drei Minuten noch. Eigentlich machen wir es mal komplett auf das bisschen noch... ... 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 Du musst mit deinen Sachen später am Boot oben sein, mit allem was du hast. Okay. Erst am Boot zählt. Ah, du sagst schon, wenn es da ist. Ja, zweieinhalb Minuten hast du noch Zeit. Aber du darfst vorher nicht auf dem Boot sein, weil sonst bist du disqualifiziert. Ich war ja nur vorhin kurz und wo wirst du mich finden? Ja, das war ja so, dass du da bist. Die beste Taktik. Jonas, wann kommst du wieder? Das lädt gerade, aber... Ja, okay. Ich kann es wieder zumachen. Oh, fuck. Darf man jetzt andere Leute töten, ne? Ja. Ja. Du kannst die ganze Zeit... Die anderen... Ich mach's aber nicht. Sicher. Keine Funde? Sicher. Ja. 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 Jonas macht's mal. Ah,... Dankj exempel... Ja ja. Erst am Boden ist safe. Ich hab kein... Nee, ich bin viel zu schwer. Auch. Hauptsache, du hast die Schotter. Wer hat angegriffen, meine Scheiße, Alter. Überlebt, Lukas. Ja, was soll die Scheiße, Alter. Er sagte, man, wir greifen die man an, doch mal immer töten die einen. So, rente es vorbei. Geht aufs Boot. Ja, wow, war ich ehrlich, Afghane, kommt der und tötet mich, wenn ich auf den aufpassen soll, über sein Scheiß-Ding abschmiert, Alter. Meine Fresse. Du tot, Lukas. Ja, der hat mich getötet. War ich so behindert, einfach. Ich hab mir dein Scheiß-Game-Abstütz, Alter. Haha, ihr habt das alles nicht geschafft. Ja, war ich, wenn es ein Game-Abstütz, was soll ich dafür geben, was? Geld, voll unfair. Das ist einfach echt unfair, ganz ehrlich. Was? Ihr habt ja noch Zeit, dass es vorbei ist. Ja, nein, er hat mir mein ganzes Zeug geklaut. Wer? Ja, liegt alles nur dort. Liegt alles nur dort. Ich probier mal, da kommt man nicht drauf. Ja, warum töte ich mich da, wenn du eh nichts klaust? Das ist so unnötig, Alter. Man kommt noch immer nicht drauf. Das ist zu hoch. Du bräuchtest noch mal ein paar Kuck. Das war so dumm einfach. Irgendwer da rein bleibt. Erst heißt es Friede auf... Mann, ich schreib nichts. Lukas, hä, wo bist du? Ja, wenn ich gestorben bin. Ja, aber ich seh den Rucksack nicht. Ja, wenn er alles geklaut hat. Nee, ich war nicht mehr bei euch. Ja, du nicht. Auf die Hände oder was? Wer bist denn du? Ich weiß denn was. Bist du jetzt wieder auf die Hände oder nicht? Ja. Okay. Bau doch eine Rampe, ey. Ja, das... Ich bin endlich hoch. Schöne Sachen habt ihr Familie nicht so weiter. Sonst, ich seh hier alles Dreck. Jo. Hehe. Das geht hier nicht so. Wie schon gesagt. Kannst du jetzt endlich ne Rampe hochbauen? Ich will mich safen. Ja. Ähm. Zeig, wo waren die anderen? Bis zum nächsten Mal.